Hallo, mein Name ist Kaps. Heute habe ich eine Aufgabe von meiner Lady von Jonathan und wie man Ragioli macht. Wir wollen gerne anfangen, wie man Ragioli macht. Und dann schauen wir mal, ob es sehr interessant ist. Mein Name ist Kaps, der Kinsherr von Westerns Engel. Heute, ich möchte einen Ragioli machen mit meiner Freundin, Jonathan. Und ich hoffe, es wird sehr interessant für Sie. Okay, dann. Let me starten. Musik, bitte. Go ahead, please. Don't go so far. So, what? Do a Thai Tau. Thai Tau. Thai Tau. Das ist ein Little Thai. Wir machen es aus Ei-Yok, Mehl, Olivenöl, Salz und Volleyer. So, das werden wir machen. Und das ist hier mit den Klippstoffen von Ei-Massel. So, dass die Ragioli es able to klipp together. Da ist noch dritten. Dann nehmen wir mal einen Teichroller. Wir arbeiten in der Küche meistens nur mit vier Stufenmethode. Das ist ein Leben, die Motivation als Backen. Wir machen es dir lange und die Kleurel. Nachmachen und Kleurel. Und das ist es nicht mehr. Das ist ja es nicht mehr. Das ist ja ein Leben. Das ist ja ein Leben. Das ist ein Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist eine sehr kleine Maschine, aber normalerweise ist es, wir müssen es versuchen. So, wir gehen mit der anderen Küche. So, wir gehen mit der anderen Küche. So, wir gehen mit der anderen Küche. Sci-Tack! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018